Was sind das Deutsche geschützt? Die solchen Lärm machen? Ich fürchte nein. Aber Steines Angriff musste schon im Rollen sein. Er müsste weit wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steine alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube in ihm kein Wort! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erzeugt. Keitle, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das ist jetzt Baden, sie meinen Befehl zu widersetzen! Womit ist das also gekommen? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalarationen nur behindert! Es hat mich gegen nur ein witzigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höhrenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch!